Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein MAC Lippenstift Lookbook, denn ich dachte mir, ich zeige euch mal alle meine MAC Lippenstifte. Insgesamt habe ich 11 Stück, das sind vielleicht für den einen oder anderen nicht besonders viele. Mir reicht es momentan absolut aus und ich liebe, liebe, liebe über alles meine MAC Lippenstifte, weil ich einfach finde, dass die von der Qualität her wirklich unschlagbar sind. Die haben eine tolle Farbauswahl und ich hoffe, das Video gefällt euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.